Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein anderes Video mal an der Reihe, weil ihr schon sehen könnt, wir sind ja gerade in Österreich und zwar am Kitzsteinhorn und wir haben jetzt auch ein sonniges Wetter, man kennt es in die Augen von mir, dass die ein bisschen zu sind. Ist einmal ein anderes Video, geht jetzt weniger um Fotografie, ist mehr eine Adventure-Flog. Nehmen wir mal jetzt der Moritz, ich verlinke seinen Instagram-Account irgendwo, ihr seht ja gerade seinen Namen und genau, ihr seht jetzt von heute in einem Tag ein paar Aufnahmen vom Fahren und so und morgen filmen wir ein bisschen mehr für euch, weil morgen wird das Wetter besser und haben auch andere Kameras dabei. Genau, dann viel Spaß mit den Aufnahmen. Morgen Leute, heute ist schon der zweite Tag und vielleicht sehen wir schon ein bisschen aus dem Fenster, heute haben wir super Wetter, ich filme jetzt schon mal raus und richtig geil. Also es gehört echt super zum Fahren, Pisten ist wirklich saugriffig, ich habe so einen schönen Tag gehabt, man schlackt und man kann jetzt auch echt viel Schnee, vor allem für den Sommer. Ja, ich hoffe euch gefallen die Aufnahmen und wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Das war's für heute. I remember nights I was Pardo Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up You see the drippin', I'm fitted up Hop in my car on the giddy up Secure the bag, yeah, I get the bus Pick it up, pick it up, pick it up You see the drippin', I'm fitted up Hop in my car on the giddy up Secure the bag, yeah, I get the bus So, ich bin jetzt gerade der Kugelfisch, also der Fisch, der in der Tiefsee ist da und der Tag neigt sich jetzt schon dem Ende, oder Moritz? Ja. Aber wir haben eine ziemlich geile Aufnahme gemacht und die zeigen wir jetzt jetzt dann euch, beziehungsweise ihr habt es dem Video schon gesehen oder ihr seht es jetzt und jetzt gehen wir dann das Einkaufen unten, weil gestern haben wir nicht einkaufen können, weil Sonntag war und heute ist Montag, heute haben sie offen. So, wir sitzen jetzt im Sessellift und wir haben heute ein Ziel und zwar, ihr seht hier oben das Kitzsteinhörnengipfel und wir möchten hier als Bergstation hochsteigen und dann da so in dem Band, wo es da so runter geht, ich weiß nicht, ob man die Spuren, die drin sind, schon sieht, auf jeden Fall möchten wir hier runterfahren. Das wäre eine ziemlich geile Line. Oder Moritz? Das wärts. So, jetzt sind wir gerade am Weg da am Gipfelhafe, weil da ist die Bergstation und jetzt probieren wir das mal, wie ich vorher im Video schon gesagt habe. Und ja, wünscht uns ein bisschen Glück. Aber es sollte eigentlich ganz gut gehen. Wir haben uns vorher auch noch mal erkundigt wegen den Lawinen. Aber für jeden können wir nicht nachmachen. Also das ist wirklich nur, auch nicht für geübte Skifahrer, da musst du schon ein bisschen besser sein. Auch die Luft ist ganz schön dünn, Moritz. Wenn Sie gehen, Sie dürfen es da oben nicht schmeißen, als sollte man es mir da ein Ski verlieren oder sowas, dann wird es ziemlich brenzlig. Dann stürzen wir nämlich den ganzen Berg hinab und ja, dann dürft ihr einfach keine Angst haben für so Sachen. Aber es wird schon. Ja! Genau! Das ist doch etap! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020